Julien Daroui war ein französischer Fußballspieler. Die Vereinskarriere. Während des Ersten Weltkriegs in Lothringen aufgewachsen, begann der Torwart seine Laufbahn bei den Senioren in Schaleville nahe der belgisch-französischen Grenze beim dortigen OFC. Gleich in Daroui erstem Jahr erreichte der unterklassige Verein nach Siegen über die Erstligisten aus Cannes, Excelsior Acero Beisch und Red Star Paris mit insgesamt nur einem Gegentor das Pokalfinale. Basis für den Erfolg des Außenseiters war die solide Abwehr, hinter der mit dem gerade erst 20-jährigen Daroui ein Torwart stand, der sich, wie sein großes Vorbild Bjergscherik, mutig vor die Füße ballführender Gegner warf und mit spektakulären Paraden, insbesondere aufgrund seiner uneingeschränkten Lufthoheit im Strafraum, nachhaltig auf sich aufmerksam machte. Das Endspiel verlor Schaleville zwar gegen Racing Paris, das gleichzeitig auch Erster der Division 1 wurde, kassierte aber selbst gegen diese starke Elf lediglich einen einzigen Treffer. Ein Jahr später spielte Daroui selbst in Frankreichs Elite-Liga und beendete mit Olympique Louis Tisesus zweimal im vorderen Mittelfeld. Inzwischen war er zur spielbestimmenden Gestalt nicht nur im eigenen Strafraum geworden. Er konnte seine Hintermannschaft lautstark organisieren und sorgte auch im Spiel nach vorne für Überraschungsmomente, wenn er Bälle, die auf sein Tor kamen als Dropkick scharf und genau zu den eigenen Angreifern jenseits der Mittellinie passte. 1939 stand er mit Lille erneut im Pokalendspiel und verlor es erneut gegen Racing Paris. Im gleichen Jahr wurde er erstmals in die Nationalelf berufen. Krieg und deutsche Besetzung führten dazu, dass seine Karriere danach eine Unterbrechung erfuhr. Von 1939 bis 1945 gab es keine landesweite Meisterschaft mehr und Dallille zudem in der verbotenen Zone lag. Konnte Olympique nicht einmal an den in drei regionalen Staffeln ausgetragenen Kriegsmeisterschaften teilnehmen, deshalb wechselte Julien Darui 1940 zum Hauptstadtclub Red Star, wo er 1941 ein und 40. Meister der Zone Nord wurde und 1942 zum dritten Mal im Pokalfinale stand. Diesmal stand Darui auf der richtigen Seite und wurde Pokalsieger, weil er gegen den FC Sertjeck keinen Treffer zu ließ. Dennoch ging er im Anschluss an diesen Titel nach Lille zurück, wo er in den folgenden drei Jahren bei drei unterschiedlich benannten Mannschaften spielte. Das war 1942 43. und 1944 45. freilich lediglich auf zwei Fusionen von Olympique nebst jeweiliger Umbenennung zurückzuführen. Während 1943 44. in Frankreich der Professionalismus verboten und die Meisterschaft zwar in nur noch einer landesweiten Staffel, aber nicht von Vereinen, sondern von regionalen Auswahlmannschaften ausgespielt wurde. Die Equipe federale Lille Flandre mit Darui im Tor wurde hinter der EF. Lenshardt war zweiter. 1945 Frankreich war inzwischen befreit, stand er mit Lille-Osc in seinem vierten Pokalendspiel. Verließ zum dritten Mal das Stadion als Verlierer und zum dritten Mal hieß der Sieger gegen Darui Team Racing Paris. Zur Saison 1945 46. wechselte der Torwart zum benachbarten Koro bei Sturkoing, mit dem er in der Meisterschaft Platz drei belegte. Nach dem Vereinswechsel wurden seine ehemaligen Louis 1946 sowohl französischer Meister als auch Pokalsieger. Sein neuer Verein gewann aber im Jahr darauf selbst die Meisterschaft, wobei die von ihm dirigierte Hintermannschaft die Grundlage des Erfolgs war, weil CORT die zweitwenigsten Gegentreffer der 20 Meisterschaftsteilnehmer kassierte. Diesen Erfolg konnte der Verein während der folgenden Jahre, in denen Julien Darui noch im nördlichen Industrierevier spielte, nicht mehr wiederholen, auch nicht unter dem Spielertrainer Darui. 1953 wechselte er in gleicher Funktion zum Zweitligisten Somopilien und beendete dann endgültig seine Vereinskarriere. Stationen Olympique FC Charleville, Olympique Lilleuys, Red Star Paris, Olympique Iris Club Lilleuys ab 1944 umbenannt im Lille Olympique Sporting Club, Club Olympique Roubaix-Turkoing, Stade Olympique Mopéli-Rhein, der Nationalspieler. Zwischen März 1939 und Mai 1951 spielte Julien Darui, der schon bei der WM 1938 zum französischen Aufgebot gehörte. Insgesamt 25 Mal in der Equipe Tricolore, fünf dieser Spiele absolvierte er, während er bei Lille unter Vertrag stand. Zwei für Red Star und 20 für Kourou bei Sturkoing, fünf Mal lief er als Mannschaftsführer auf. Wie viele andere auch kostete der Krieg die unbestrittene Nummer 1, der blößt eine deutlich größere Zahl an internationalen Einsätzen. Von März bis Mai 1939 stand er dreimal im Tor, beim nächsten Länderspiel Anfang 1940 erhielt der Austro-Franzose Rodolphe Hidden den Vorzug. In den folgenden knapp fünf Jahren fanden lediglich zwei Länderspiele statt. Und von Frühjahr 1945 bis Herbst 1948 spielte er in 18 der 19 Länderspiele. Seine letzten beiden Spiele folgten im Frühjahr 1951. In einem Spiel gegen Schottland stand er zudem für die Europa-Auswahl zwischen den Pfosten. Leben nach der aktiven Zeit. Mit der 1949 begonnenen Arbeit als Fußballtrainer konnte Darui keine großen Meriten erwerben. Nach Montpellier trainierte er 1954-1955 still Olympique Lyon und 1959-1960 still den unterklassigen CL Dillon. Zwischendurch produzierte der Ex-Nationalspieler mit Auftritten beim Zirkus Jean Richard als tollkühner Akrobat noch einmal Schlagzeilen. Seit den frühen 1960er Jahren betrieb Julian Darui ein Café Bar Tabac in Dillon. Palmares, französischer Meister, 1947 zudem 1941 Meister der Nordzone und 1944 Vizemeister. Französischer Pokalsieger, 1942 zudem Finalist 1936, 1939 und 1945. 25 Alländerspiele für Frankreich Platz 2 der Bestenliste französischer Torhüter von Franz Futbol. Nach einer